Samstag 14. Juli, da sind vielleicht schon so klein, klein, klein wehmütig, aber ihr könnt immer noch tanzen hier vor der Hauptbühne. Gezehnterweise, Isaac Gracie, das spielt zuerst bei der Hauptbühne, aber für den Rest braucht ihr schnell das Programm, bitte. Hier ist zum Beispiel Mö, auch auf der Hauptbühne und der Abschluss auf der Hauptbühne macht dann der Crow, ist der maskiert, gell? Ja, Merci, Leonidin, Crimer, Trubas Kater, Trubas Kater aus dem Seeland, Stereoluchs and the Crucialists. Hey, es gibt wirklich viele, die man sich am Samstag noch darauf freuen kann. Und auch bei den Dance-Tänz, das Core-DJ-Set, Elie Vervé, Nonoré, DJ Bazooka, DJ AC, Desmond Des, Tommy Versetti und CBN, Audio Dope DJ-Set, da gibt es wirklich noch zu feiern, als gäbe es kein Nächte. Easy.